und heute sage ich euch keine update zu meinem kanal denn wir werden ich werde mir jetzt mehr geben also jetzt jetzt meine video schneiden wie ihr seht ich habe jetzt schon auch ein intro meine erste kill easy easy first go easy 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 oh fuck ich wurde genifed scheiße 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 ich werde jetzt meine video schneiden und mir mehr mühe geben damit es euch auch Spaß macht oh dartware lightning strike gemacht mehr schneiden ich komme nicht auf den punkt damit ihr mehr vom video guckt und dass ich kürzere videos machen denn ich mache immer welche knapp 20 minuten und dann laber ich doch halt nur nix die halbe Stunde macht auch nix und das möchte ich nicht mehr ich möchte jetzt also auch bisschen aktiver werden ich weiß noch nicht wie ich das machen werde aber irgendwie wird das schon klappen das geht ja easy easy ich bin direkt erster easy easy ich bin direkt erster easy easy ich bin nicht einmal gestorben was sagt er dazu liebe Kinder Kinder Kinders was lernt ihr draus hier war doch noch eine Axt ja ok ich bin aber noch erster easy 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 nach Mist er hat mich nicht geäxtet das ist gut ich bin aber der erste an das ist gut ich bin aber ich bin aber ich bin aber ich bin mir du 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 ich weiß nicht was da los ist ich gewinne eigentlich gerade nur denn nach diesem kill bin ich eigentlich okay ich hab gewonnen ja er hat mich er hat mich getroffen und zwar mir fehlen jetzt mal drei drei kills ich hab gewonnen okay ich hab gewonnen wieso denken sie hecke dass er diese lightning strax das kriegt man für 30 emmels das ist richtig op und cool ja aber leute das war's für dieses kleine video dieses video ist übrigens auch geschnitten das seht ihr denn am anfang ist ein kleines intro ja das habe ich ich würde mich äh würdest mich über ein like und ein abo freuen haut rein und schau leute